Hallo, ich bin Martin und heute zeige ich euch die Strata Schreibtischleuchte. Bei der Arbeit am Bildschirm leisten unsere Augen oft Schwerstarbeit. Sie sind dabei meistens über eine längere Zeit auf eine sehr kontrastreiche Fläche gerichtet. Die Strata Schreibtischleuchte hilft dabei entspannter zu arbeiten. Kontraste auf der Arbeitsfläche werden reduziert. Die Fläche vor dem Monitor wird mit einem weichen, blendfreien Licht ausgeleuchtet und Reflexe auf den Monitoren werden dabei vermieden. Die Höhe der Leuchte über der Arbeitsplatte ist einstellbar zwischen 45 und 70 Zentimetern. Die Farbtemperatur der Beleuchtung lässt sich zwischen 3000 Kelvin und 6000 Kelvin frei einstellen. Die Beleuchtungsstärke kann entweder per Taster vom Nutzer eingestellt oder von der Leuchte über einen Sensor an die Umgebungsbeleuchtung angepasst werden. Die Strata erfüllt die Anforderungen der DIN EN 12464-1 für Beleuchtung am Bildschirmarbeitsplatz. Wenn ihr neugierig geworden seid und mehr über die Strata erfahren wollt, besucht uns in unserem Shop. Wenn ihr mehr über das Thema Beleuchtung im Büro erfahren wollt, besucht unseren Ratgeber. Die Links dazu findet ihr wie immer in der Videobeschreibung. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst uns doch ein Like da und wenn ihr keine weiteren Videos verpassen wollt, dann abonniert unseren Kanal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss! 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 Tschüss!